Seit 40 Jahren entwickelt und produziert PSG PetroService innovative Produkte und Lösungen für die Prozessanalysentechnik in der chemischen und petrochemischen Industrie. Und jetzt kommen zu den bestehenden Lösungen drei Produktinnovationen hinzu. PSG Basic Sonde. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Rauchgassonden hat PSG ein neues Produkt entwickelt. Die PSG Basic Sonde. Die einzigartige Filteroberfläche erlaubt einen wartungsarmen Betrieb. Das kompakte und hochwertige Wetterschutzgehäuse ermöglicht einen Betrieb im Freien auch unter extremen Bedingungen. Zudem können alle Wartungsarbeiten ohne Werkzeuge durchgeführt werden. PSG X2. Mit einem einzigartigen Sortiment von mehr als 2500 verschiedenen Rohrbündeln und Analysenleitungen zählt PSG zu einem der führenden Anbieter. Die neue PSG X2 Analysenleitung vermeidet gefährliche elektrostatische Aufladung des Außenmantels und trägt damit den besonderen Atex-Anforderungen Rechnung. Durch die patentierte Technologie kann die Leitung vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des PSG X2. Das Raycam Heizkabel und das Mantelmaterial aus PVC oder TPU garantieren einen verlässlichen und langlebigen Einsatz, auch unter extremen Bedingungen. PSG Analysentechnik. Als herstellerunabhängiger Systemintegrator steht für PSG die beste Lösung stets im Vordergrund. Zudem setzt PSG Solidworks 3D für die Planung und Dokumentation ein. Eine weitere Innovation sind Wartungsvideos. Wir suchen stets die beste Lösung, sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb und profitieren dabei von unserer langen Erfahrung und der erfolgreichen Umsetzung unzähliger Projekte. Für weitere Informationen entdecken Sie unsere Website www.psg-petroservice.de PSG. Perfekter Service. Garantiert.